Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wie beim letzten Mal versprochen habe ich mein Inventar etwas aufgeräumt. Das sieht man hier ganz schön. Und ich habe auch mal ein paar andere Waffen dabei, um diese auszuprobieren. Wir sind ja momentan ziemlich auf Power-Waffen spezialisiert. Allerdings möchte ich da auch mal diese Tech-Waffen ausprobieren. Solange wir diesen Smart-Chip nicht haben. Und außerdem gibt es hier noch was zu tun. Das Leguan-Ei hineinlegen. Das Ei haben wir bei Sabura Arasak gefunden. Im Tower. Und vielleicht springt ja da was. Mal schauen. Aber erstmal schauen, was wir heute so machen. Okay, wir könnten Wilsons Schießstand besuchen. Das ist ja gleich um die Ecke. Ein Schießherbewerb. Was es da wohl Tolles zu gewinnen gibt. Ein riesiger Teddybären. Ein aufblasbares Schwert. Ein kleiner Plastikfußball. Jedenfalls viel Spaß, aber ich kling mich aus. Bin kein Fan von Leuten, die Waffen mit Spielzeug verwechseln. Doch, doch, heute schon. Was ist denn da passiert? Was ist das? In the event of acid rain, those with respiratory issues are advised to remain indoors. Was ist passiert? Ich live direkt an der Abstand. So, keep on living. Stop minin' other people's biz. Mendez! Hold on! It's his neighbor! Ist da nichts ich kann? Vielleicht. You know Barry et al? More or less. Struck up a convo once or twice. He's a friend from the precinct. Left the force not long ago. He broke down after his best friend died. We're worried he'll do something stupid. Relax, Petrova. Barry's got nerves of steam. He's just a spiteful old bastard. Mendez! Could you check on him when he's chilled down? Sure, why not? Not like we're miles apart. Thanks. Just be patient. Cops fallen in rough times can be touchy. I'll see what I can do. Claro, speak with Barry. 0613. Ja, heute nicht. Ein anderes Mal vielleicht. We'll know what the worst thing is about this place. We're out? No, I'm a fucking gun! Schießstand. Schießstand. Waffen. Schießstand. Waffengeschäft. Was auch immer. Hey, Vig. About to start. You gotta take a piss or something. Now's the time. Thanks for your concern. Let's start this rodeo. Can't just yet. Not till you get in the range. Go on, set up, chop chop. Okay. What's up? That's all. All righty, how many we got? Just six? Goddamn. Well, no point crying about it. Ahem. 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 Rules are simple, right? There's the target. Shoot it. Don't matter which one. Go on and shoot your neighbors. Most hits wins. Uh, meaning hits on the target. Not your neighbor. Oh, right. Uh, small caliber iron only. Don't go showing off with your fucking assault bangers or no rocket pukers. Got me? First prize is a pistol. But, uh, a real nice one. It's fucking nice, I'm telling you. Anyway, uh, enough words. I'm getting worked up. Ready? All right. Mal sehen, wie gut ich bin. Three. Two. Hey, hey. The hell's that? The hell you're doing with that double barrel? That's small caliber only. Uh, forgot my iron. Must be my other jacket. And that's why you keep your gun and a holster. A holster! Get the fuck out of my sight. Now! Fuck, June. Chill. I'm going. I'm going. Keine Ahnung, was mit der Musik noch los ist. Hurls before Swine, for fuck's sake. Hört sich ganz schlecht an. Three. Two. One. The target! The target, not the wall. Yeah, yeah, yeah! Looking good, Rudy, go go go! Halfway there, B. Get equipped, for fuck's sake. That's 18, 100. Was soll das bitte gehen? 18 von 100. Das muss eigentlich jedes treffen, oder wie? Schade, hat leider nicht gereicht. Shoot on the thrill. Naja, wenn wir ja schon hier sind, dann können wir vielleicht jetzt mit Barry reden. Warte, was steht da? Sieht aus, als hätte das NCBT ein besonderes Interesse an deinem Nachbarn. Hört sich so an, als ob sie ihn sogar schon kennen. Machst du einen auf einen neugierigen Nachbarn und fragst nach, was los ist? Immerhin könnte es gefährlich für dich sein, wenn dein Nachbar ein Potential Psyche ist, oder? Stimmt. Na, alles gut. Hey Barry, ist alles gut in da? Ich werde das als Ja. Ich versuche es später nochmal vorbei. Ich versuche es in ein paar Stunden mit Barry zu sprechen. Okay. Wenn wir lieber die anzufangen, müssen wir noch Automatic Loaf machen. Um was geht's da nochmal? Du wirst also die Frau finden, die uns die Scheisse eingebrockt hat? Sie hat einen Job für dich. Du hast ja gesagt. Weil keiner da war, der dir diese saublöde Idee ausreden konnte. Ich bin zwar jetzt hier, aber was soll's. Diese Jungfrau in Nöten, Bullshit, ist eine Sackgasse. Aber das hätte ich natürlich nicht auf. Vielleicht schafft Evelyn es, wer weiss. Nur habe ich irgendwie das Gefühl, sie will gar nicht gefunden werden. 800 Meter? Dann lass mal sehen. Zum Megagebäude H8. Wir sind hier im H10, glaube ich. Okay, News. Gibt's was Neues? Hallo, Night City. Ich bin Jillian Jordan mit N54 News. Und hier ist deine Nachrichten. Die NCPD hat gebeten, wenn man mit Daten zu benutzen. Eine Routine-inspektion hat gezeigt, dass viele wurden corrupted mit malware. Police experts have confirmed the identified virus can lead to cyberware failure, and in extreme cases, even death. In response to increased gang activity, the mayor's office has raised the public threat level to red. Residents of Arroyo and Watson are advised not to leave their homes after dark, and always ensure easy access to protective firearms. Schools and hospitals have been closed until further notice. What's next for Pacifica? The district, formerly designed as an oasis of luxury, has become a den for violent gangs and drug addicts. Kang Tao recently expressed interest in the purchase of Pacifica property, with the aim of constructing a new server and logistics center. The city government has openly considered selling the land for a single Euro dollar, in a symbolical gesture provided that Kang Tao demonstrates for one Euro dollar to sell. It's really always nice to look. The schedule of departure will be obtained. Please switch to the process of reconstruction. The schedule is completely cancelled. Where is the control of the ship? The control of the ship is over which is my own enemy but you have to leave electricity. To the control of the ship! To the control of the ship! The engine has always beenunken in the launch of the ship! To the control of the ship! Do you hate themes that I have to make the planning of the ship? Das mit dem Sound ist manchmal ein bisschen weird. Ich habe es dann noch installiert, das ganze Spiel, und alle Mods auch noch installiert. Und dann liest es eigentlich gut, aber jetzt hört sich das Ganze manchmal wieder ein bisschen komisch an. Orbital Air, Parasaka. Crazy. Okay, wait. Ich hole mal kurz ein Auto. Das ist, glaube ich, besser. Das ist, glaube ich. Das ist, glaube ich. Eine weiter und dann links. Interessantes Lied. Was macht ihr hier und was... The end is near. Bist du da Jesus? Könnte man noch was meinen? Mir gibt es die Harte. Mir gibt es die Harte. Mir gibt es die Harte. Okay, das Geburt gehört, ich will den Tiger Claws, wie es aussieht. Ein Lightening. Braindance chick is hiding something. No coincidence, we already saw two Tiger Claws. They must control the building. Der Sokka and the Tiger Claws are in bed together. Go figure. Every corp plays dirty. Except the streets are more than that. They're filth. So the corps leave it to the gang. Suits collars and gets swept. Surprised? No, I mean, if Evelyn wanted to disappear, especially from Arasaka, she could have done better. This whole situation is bent over. Cheeks spread wide. Someone's in a great mood. Not every day a half-brained dead chick drags me around in Cat House on a wild horse chase. So having a grand old time. I think Judy's lying. Why? A little something called intuition. Never heard of it? Oh, so what you meant to say was you're full of shit. Got it. Manchmal sind die Gespräche neben dem Fernseher echt beschissen. Wenn man mich fragt. Hello, I'm Jillian Jordan. Welcome to the World Report on N54 News. Hold on. You take a blow-up doll, remodel the hole, and that's cheap. That's infidelity. Oh, no. How's that any different from some dollhouse ass? Because he asks me. Not late. Oh, man. Clouds, Clouds. No feeling going on. No thing. Gut, ich würde sagen, das war's erstmal wieder für diese Folge von Cyberpunk 2077. Wir schauen uns beim nächsten Mal an, was uns hier im Clouds erwartet. Bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Daddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. hip-greatreakt Collins looks like your city the worst place to live in America. He's a guy placed in thevetäme beat by himself. Hay位 membrane Keチャ except exercised in mujer peros всей Vai. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai. We have a city to burn. We have a city to burn.